Moin 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 Willkommen endlich zu Furgrei 5 in Le Corp. Muss ich nochmal das Mikrofon mal richtig ausrichten, ich könnte kotzen. So. Yeah. Sehr schön. Endlich geht's los. Wir haben jetzt einen Parts gefühlt wie alle 20 Jahre gegen. Ja, bei mir waren es zwei Parts. Yay. Das ist wahrscheinlich eine lange. Dieses Scheiß-Tor geht auf. Sack, wenn ich das gegen die ersten Mission auch auf. Ja. Ich bin einmal außen irgendwo laufen. Ich habe ja ohne Witz, ich bin letztens fahr die Reihen. Ich kenne ja die Mission hier schon. BAM! Tür aufgetreten. Perfekt. Irgendwo... Warum ich da hinten noch in Sekten schreien? Ja, den habe ich auch. Ist ja da eine Markierung, wie geil. Abfahrt, dann machen wir jetzt noch kaputt. Dann ist er weg. Ist ja da noch irgendwo ein Kollege, Alter. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Oder noch verschwunden. Der ist weg. Mal jucken, ob da Jegner sind oder ob die nicht vorhanden sind. Welche vorhanden sind, Alter. Ich mache sie weg. Ich klasse sie weg. Ich klasse sie weg. Ich klasse sie weg. In den Hals, Jungen. Oder den Kopf besser gesagt. Schnauze! Ah, die machen jetzt schon Damage. Ich habe schon wieder meine Schaufel verloren. Achtung! Zündung! Da steckt sie. Ich will meine Schaufel... Ich will nicht die scheiß Waffe auf, sondern ich will die Schaufel haben. Dankeschön! Junge, 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 Junge. Verschluss, was hat der dabei? Den nehme ich jetzt mit. Das ist mein neuer Freund. Spilly. Naja... Hm? Go on adventure, Billy. Leichenbeseitigung. Wird groß geschrieben bei uns. Wir treiben dich unten, die da immer bei oben. Also dann gehen wir hier direkt bei der Insel vorne zur Kreuzung hin. Und schnappen uns direkt mal ein krasses Fahrzeug. Einfach über das Auto schießen. Hm. Weiß ich nicht. Ist das Spiel vielleicht nicht ein bisschen zu leise? Kannst aber nicht mein Auto stellen. Sad life! Ne. Ah, ich würd's echt kein Auto stellen. Aber ich kann's nicht. Echt? Du findest leise? Jo, ich find's leise. Option... Audio... Aber wir sind auch alles laut. Meine Playstation rieche ich ab grad. Ich hoffe, man hört das nicht zu krass. Ansonsten, ja... Muss ich mir was einfallen lassen. Nein, mein ich grad auch, ich kann still. Ne, mein ich nicht. Aber wir kommen auf der Playstation. Oh, ich war ganz ehrlich, ich hab ein Auto gefunden, aber das war kein Reifen. Der hat nen Reifen verloren. Hab ich aber in meinem letzten Part schon gesagt. Plündern. Das ist so ein Gehäuse. Perfekt, Alter. Da hab ich das Spiel hier auf... Neues Jagd, gib mir direkt das Gang. Skunk. Wenn du jetzt ne Weile hier stehen bleibst... Dann kommt da irgendwann ein Auto. Oh! Aua, ey! Oh, der hat mich... Der hat mich voll weggeschossen. Ey! Bruder, heb mich auf! Was ist denn du gestorben? An der Kreuzung, wie gesagt. Ich wollte das gerade in der Rinde, das ist einfach weg. Es ist ins Wasser geflogen. Es ist einfach weiter gefahren. Es hatte keinen Bock auf uns. Uh, das ist rotfiel. Juhu! Ich hatte 500 Takten dabei. Ist auch nicht schlecht. Weg damit. So. Ich will ein Fahrzeug. Ich will ein Fahrbahnuntersatz. Ja, da vorne steht's Quatt. Nein, wir wollen kein Quatt. Wir wollen ein Auto. Da vorne kommst du... Ist das ein... ist das ein Jegner? Ja, das ist ein Zivilist. Zivi? Wenn du mir einen Kratzer reinmachst... Ich mach dir da kein... Ey! Ja, klar! Jetzt setze ich die Frau wieder ins Auto. Ne, da will ich nicht einsteigen. Also, das tue ich mir mit dem besten Willen nicht an. Oh! Wir sind ja in einer schönen Region. Da kann ich sie nicht rausschmeißen oder so. Ah, kugelsichere Reifen. Man kennt sie. Ja, wo möchtest du denn hin eigentlich? Zur Mission, die wir beide machen müssen scheinbar. Mir wird nichts angezeigt. Markier mal. Wir freuen uns nicht. Wir freuen uns nicht. Oh, der hat's gewappt geklaut. Ja, das sind doch. Ey, mach mal Radio aus hier. Scheiße, wie geht das nochmal? Scheiße, wie geht das nochmal? Hilfe! Mir macht mir schon das Radio aus. Schieß drauf! Klingt dir! Boah, jetzt tötet das einfach. Das arme Stinktier. Warte mal ganz kurz nachgucken, wie man das scheiß Radius macht. Das steht doch an der Seite dran, oder nicht? Nee, bei mir nicht. Ich fahr noch nicht mal. Steuerkreuz oben halten. Oh, und sein Truck. Den will ich haben. Den will ich haben. Den will ich haben. Den will ich haben. Oh Gott. Tja, dem agiert es richtig mies. Oh, den da will ich auch. Ey, das Auto! Oh! Ausmach! Oh! Der will Verstärkung rufen, tötet ihn. Du rufst ja gar keine Verstärkung. Am besten ist ganz besser. Was denkst du wer du bist, hä? Schnauze! Lass den Hund frei. Wenn ich freilassen. Dritter Gegen. Der beste Freund der Menschen. Das Menschen. Der Hund. Oder auch der Fernseher. Das ist auch ein guter Freund des Menschen. Alter, Burger! Böcher! Shop! Naja. Oh, bist du in Munition? Geil! Oh, was liegt denn hier hinten? Blündern! Du machst schon ne... Der macht alles kaputt, was ich nehmen will. Ich könnte kotzen. Was willst du denn bitte nehmen? Das Auto, alter! Ah, nicht mit das hier. Junge, das sieht aber schon frisch aus, alter! Gas! Warte, wir müssen den Hund... Stimmt, wir müssen den Hund ja erstmal... Zähmen mitstreicheln. Komm her Hund! Komm her! Mir steht echt auf der Seite gar nichts. Der Körper ist im Weg. Mach den mal weg hier. Hund! Komm her jetzt! Boah, der war ganz kurz, alter! Kann mir, kann mir nicht sagen. Er ist für mich die ganze Zeit nicht scheiß ausgeblendet. Ich glaub, du musst den Hund streichelnd sein. Warte so ne Wechseln, halten Radios ein. Ich kann mir nur nichts machen. Das ist deine Aufgabe, nicht meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, nicht meine Aufgabe. Äh... Und das er Boomer heißt. Hm, das ist ihn doch. Du Boomer. Der kommt schon im Winter her. Bruder, 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 Bruder! Ha! Ey! Ey! Raus, raus aus dem Auto! Wir können nicht... Wir können nicht... Mach Radios! Ich frag mich, ob ich überhaupt Auto fahren darf, Alter. Hm? Ich frag mich, ob ich überhaupt Auto fahren darf, Alter. Ich glaub nicht. Wieso? Du, wenn du ins Auto einsteigst, du keine Striche. So, dann fahren wir jetzt nach Falls End. Da, wo wir eigentlich hin müssen. Huch! Huch! Ohne Moment durch. Muss ich mal ganz kurz wieder auf die Streets. Du, entfernt sich zu weit von deinem Partner. Geh zurück. Halt dein Maulspiel. Was ist das denn? Was kann ich denn dafür mit dem mit seinem Pickup da hinten... Fährt wie ne Schnecke. Was steht denn da Tolles? Na, das sieht aber ganz schön schnell aus. Das nehm ich mir mal. Ich nehm mal wieder dein Auto, okay? Tu's. Weg mit dir, du scheiß... Aus dem Weg, ich muss durch. Klatsch nixen, Alter. Huch, den will ich nicht überfahren. Das ist ein Zivi. Die werden keine Zivis überfahren. Aus mit dem Radio, wobei man eh kaum hört, aber trotzdem aus mit dem Ding. Wer schießt hier auf mich, Alter? Der hinter dem Druck. Partner wurde entdeckt. Naja... Ihr wollt Stress anfangen? Ihr wollt Stress anfangen, ihr kleinen Pisser? Aua. Hüfe. Worum der jetzt hin? Aber ist dem nix. Huch. Meine Munition ist alle für meine Pistole. Ja, ist aber nicht toll. Da dringen die Pisser mich einfach gegen den Baum, Alter. Glaub, es hakt. Könnt man kotzen gehen. Oh ja, dann sitzt ich vor der Blut. Wie du damit einer Schaufel sitzt. Wieso gerade? Oder die kann man auch werfen. Au, alles klar. Wild. Oh Gott, Handbremse während dem Fullspeed ist nicht so ne geile Idee. Einfach während dem Vorbeifahren jemand in den Essel leppen. Da ist doch ne Tankstelle, da könnt ihr mal noch looten. Da ist bestimmt irgendwas drin, oder nicht? Alle mal raus hier. Was haben wir denn hier, Schöne? Wo? Da ist ein Gegner aus dem Auto. Du überfährst sicherlich nicht unseren Hund, du kleiner Pisser. Das geht ja gar nicht, du kleiner Saftsack. Hallo? Rein da. Warte. Das ist ja mal wieder schlimm. Hallo? Durchs Fenster. Uh, Kasse. Mein Geld. Da ist noch mehr Geld drin. Tasche. Auch meins. Hier ist sonst nix drin? Nö. Miese Story. Bim. 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 ich glaube ich habe ihn da ist er abgestoß falls end befreit jetzt geht es ab falls end east 18 96 90 erst mal ein kompletter kaputt der jeep vorbei der ist ein stripclub oder das ist einfach was in der bar mit einer ziemlich nackten frau erwischt alle tränen von ihren augen und der tod wird nicht mehr sein noch kummer, noch weinen, noch schmerz denn ich weiß wohl, was ich für Gedenken über euch habe, spricht der Herr Gedenken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe du machst dir langsam einen Namen, Deputy und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal wieder fährt etwas Hilfe willst du dir den Hals brechen? eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee ich dachte, Edenskate hätte das alles konfisziert was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? er war der Beste dieser Stadt hat viel durchgemacht, Deputy wir schulden dir Dank, aber ich weiß, du suchst nach deinen Leuten aber Fakt ist du bist nicht der einzige, der Hilfe braucht der Pastor und ich schaffen das nicht alles wenn du uns zur Hand gehen könntest werden wir uns revanchieren was sagst du? Bayern! ich will nicht in die Kirche das habe ich mir auch gerade gedacht was ist denn mit ihm? der ist doch insgeheim der Anführer Digga, wie der verarscht ich habe jetzt so viel Munition wie die Pistole hm? um die Häuser ziehen, Trophäe ich muss nach der Folge mal gucken, wie ich das lauter stelle das geht ja gar nicht, das ist ja viel zu leise Hilfe interagieren Host-only cool, der spielt das nicht übersetzt hier ist ein Waffen-Job hier ist ein Waffen-Job ja, äh, 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 äh das ist eine Waffen-Job naja, es hat eine Waffen-Job auf die Scheiße Muniz Waffen, was gibt's denn hier so was kann ich mir hier kaufen? eine Sniper oder was auch immer das ist ja eine Schrottflinte ein Schaufelraketenwerfer okay eine Schrottflinte ein Stürmgewehr das ist Schaufel Schaufel alter, das ist ja von die Waffen für mich eine Vektor ah ja Nahkampf ja, gibt's eigentlich alles für Nahkampfwaffen nicht so viele Schlagring Wild Pistolen ja Schrottflinten Schamflitzengewehre Special-MG Bogen hab ich schon da ist nochmal eine MG eine Steinschleuder nochmal einen Bogen einen Rocket Launcher nochmal einen Rocket Launcher einen Flammenwerfer um so einen Pulsor eine Angel okay und dann nochmal und dann nochmal verschiedene Skins Kleidung Abfahrt spezielles Outfit ich kann geil 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 ich kann einfach das Outfit von Assassin's Sweet Origin anziehen wild alter Junge was ist das oder ich könnte es von Vaas anziehen aus dem dritten Teil Masken oh Gott oh Gott Hilfe lol es gibt einfach von 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 Rage die Maske aus Watch Dogs 2 outfit lol fake tatung lol das sieht ja übel cool aus ich könnte einfach das Deputy Outfit anziehen die Maske aussehen wieder Unterkörper gut Haare Kopfbedeckung Hände Kopfbedeckung also ein Hut gut werde ich nichts dagegen sooo sooo Alter ich fühle mich ich fühle mich gleich viel besser mit dieser Waffe ist doch geil sieht man zwar eh nicht aber ey was hast du denn jetzt gekauft Bruder guck dir mal mein neues Ding an was hast du denn jetzt an ich hab ja gar keine ich sehe ich sehe meine Beine der Junge rutscht sich direkt mit mit Alien Kram aus der Junge übertrefft ihn mal gleich so das war das so hier rum was ist hier nix oh 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 hier liegt ein Rocket Launcher oder was ist ein Schaubbettwerfer ne ist ein Rocket Launcher nee wir lesen ja ah ja Telefon alter Kumpel hier ist bad das ist eigentlich safe kann ich aber nicht aufmachen Braun schalte den Waffenfeld und den Vorteil zu dass ich holster frei um noch eine Waffe zu uswürstern oh Gott hier ist ein Bild von Buma ich hab keine Schaufel mehr Buma ich hab keine Schaufel mehr Lager kann ich bei der Schippe rüber kaufen kaufen der Pater ist übrigens schon da durch aber ich will noch ganz kurz ne Schippe kaufen ja bis bald Kumpel kann ich bei dir schaufeln gegenstände ja schaufeln 60 Tacken wir sehen uns am nächsten Partei tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.